K.P. ist mein erstes, richtiges Stage-Rennen und dann gleich das Schwierigste zu gewinnen. Und das zusammen mit der Sina ist einfach unglaublich. Ich habe die Laura ja schon gut gekannt, aber es ist wirklich mit ihr extrem lustig. Wir haben viel gelacht nach dem Rennen im Camper oder auch während dem Rennen haben wir immer gut miteinander geredet und haben uns respektiert. Das ist sicherlich auch ein sehr grosser Anteil von unserem Erfolg, dass wir gut miteinander kommuniziert haben. Das ist sicherlich auch ein sehr grosser Anteil von Rennen im Camper oder auch während dem Rennen. Das ist sicherlich auch ein sehr guter Anteil mit dem Rennen im Camper oder auch während des Rennen. Für mich bedeutet das sehr viel, diese Saison so zu beenden, ist unglaublich. Nach meinen drei Medaillen, die ich an Olympia im Short-Track und der Weltmeisterschaft im Cross-Countree eingefahren habe, ist es wirklich absoluter Wahnsinn. Es ist einfach generell alles richtig, richtig lässig. Eine Organisation, die ganzen Rennen. Acht Tage lang voller Rennen fahren ist überhaupt nicht ohne. Aber es ist ein unglaubliches Rennen und jetzt freue ich mich auch in die Offsaison mit einem hohen Punkt zu machen.